Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Divinity Overson. Wir sind in der geheimen Versteckhöhle, Basis, Vulkan, Unterirdisch, ihr wisst schon, von Eva Maria. Und da unten ist die Schlampe. Genau. Mehr brauche ich glaube dazu nichts sagen. Deine Missetaten haben hier ihr Ende, Eva Maria. Nun, wenn das nicht der liebe Quellenjäger aus Saisil ist. Hallo? Nun, wenn das nicht der liebe Quellenjäger ist. Ihr genießt eure Tour durch Saisil, oder? Mit meinen nekromantischen Kräften könnte ich eure Knochen pulverisieren, weswegen es besonders empörend war, untätig zuzusehen, wie ihr und euer Partner wie zwei Affen durch die Stadt gestolpert sind. Ich wünschte, es würde mich mehr betrüben, dass ihr nicht nur ihr, sondern eure gesamte Art am Ende seid. Ja, schon bald werden wir das Land von jedem einzelnen Gegner der Quelle befreien. Ihr seid ein Quellenmagier, nicht wahr? Ach du Blitzmerker. Und ihr würdet dafür sorgen, dass ich deshalb angeklagt und gehängt werde, genau wie gedankenlose Soldaten, die zerstören, was sie kaum verstehen. Für das Wohl des Reiches, sagen sie, als ob dieses Mantra die ultimative Wahrheit wäre. Was hat Ratsmitglied Jake hier zu suchen? Und was habt ihr ihm angetan? Meister Jake verfügte bestimmte Informationen, die ich brauchte, aber war bereits tot, als ich bei ihm war. Vor einem brillanten Nekromanten wie mich war es ein leichtes, das Ratsmitglied wiederzubeleben. Seine fehlende Bereitschaft zur Kooperation war etwas ärgerlich, aber egal, wir haben es gleich geschafft. Welcher Göttin dient ihr mit Blutmagie? Die eine Göttin, Quellenjäger, ihre Wege mögen euch seltsam erscheinen, aber ihre Anhänger wissen, dass sie uns zur Perfektion führen. Pardon. Du bist dann mal weg, wa? Nee, du sagst zuerst. Ihr Weg ist nichts für Mutlose, aber es ist ihr einziger Weg. Angesicht des drehenden Winds, Quellenjäger, solltet ihr mir glauben, dass ihr Tod besser dran seid. Braccus Rex kehrt zurück und bald wird die Quelle wieder lebendig sein. Und alle sind eher dran als du. Ja, und alle stehen um dich herum. Wir haben einen Blutwind-Dämon, zwei dämonische Schafsböcke, einen versklavten Zyklofen-Zauberer, einen verkohlten Knochenleutnant. Wir stehen alle um den Werder und wir stehen auf der Treppe, da wo wir ihn gehören. Ich glaube, ich werde demnächst mal meine Spinne rausholen. Oh, leicht gelähmt. Das ist natürlich gut. Der Blutwind-Dämon sieht auch echt fies aus, muss man sagen. Ja, sie ist auch noch flankiert, ne? Mhm. Dämonischer Schafsböcke. So, sechs Aktionspunkte. Das heißt, ich kann zwei Aktionspunkte zurückgehen. Mhm. Was glaubt er zu gut, Zauberer? Wenn ich jetzt den Stasis-Wolkenpfeil schieße, dann habe ich doch wieder alle gelähmt. Das wäre ja gar nicht. Alle gelähmt und vor allem sehen wir die wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nee, nee. Das ist dann einfach bloß eine große Elektrowolke. Ja, ja. Hilft uns das? Naja, sie sind alle gelähmt. Ja, das ist, das ist ja hilfreich, aber die Wolke behindert uns doch unsere Sicht. Nee, es ist keine Wolke. Es ist einfach bloß Elektro. Ich kann nicht nur eine Wolke. Gut, es ist eine Wolke. Dann eben nicht. Dann schicken wir jetzt... Was? Mach doch, was du willst. Ähm. Ich könnte essen als nächster. Ja, Han. Wenn du sie nass machst, aber das ist schwierig bei feurigen Wesen. Vielleicht kannst du den dann blitzen, wenn ich sie nass mache. Vielleicht. Ich glaube nicht, dass da Wasser drunter ist. Ist er nicht, aber er ist nass. Das macht mir Schaden. Ich glaube, der kriegt... Der wird geheilt durch Luftattacke. Ah, weil er ein Winddämon ist. So ein Kack. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Verzeihung. Na komm, Energie. Der geht noch. Au! Ah! Ah! Ich brenne! Ich brenne! Wir können wohl keine Gelegenheitsangriffe machen, oder? Man weiß es nicht. Das wäre uns ja zu wünschen. Oh, 96. Ich glaube, der Kampf wird schwierig. Die haben meine Spinne fast getötet. Diese Schweine! Glaubst du, dass das der Kampf schwierig wird, ja? Ja. Ich glaube, ich sollte Wasser zaubern. Das sind alles Feuerviecher. Wir brennen alle. Außer das Windvieh. Ich glaube, Wasser wäre hier hilfreich. Das verliert doch kein Leben, ne? Äh, das ist das mit der Teleportation natürlich auch hinüber. Einfrierungsimmunität. Oh ja, das ist wichtig. Schrittvolle der Selbstverbrennung. Ja. Töte dich, damit wir überleben. Töte dich, genau. Also, wenn das keine gute Idee ist, dann weiß ich auch nicht. Sie wird doch nicht geblendet und auch nicht... Ah, das ist ärgerlich. Und Beardotter steht mitten in dem flammenden Inferno. Neben einer brennenden Spinne und... Na, herrlich. Luftdämonen und Feuerdämonen. Ach, die Sache ist, ich bin ja geneigt, hier einen Giftwolkenpfeil reinzuschießen, aber dann stirbt Beardotter. Qualvoll, ja. Qualvoll auch noch, das ist richtig. Du würdest wahrscheinlich niemanden von Bedeutung treffen. Na, ich würde hier den verkohlten Knochenaufklärer und den Schafsbock und den anderen Schafsbock und... Naja, ja. Er würde so ziemlich alles treffen. Hat er so eine große, war ich, war er so einen großen... Radius? Radius. Ja, schon. Du triffst aber dafür auch Beardotter und vielleicht auch die Spinne, wa? Die Spinne und Jahan. Und Jahan! Das geht. Okay. Wir haben einen weiteren Verbündeten auf unserer Seite. Für zwei Runden. Ja. So, einiges an Schaden abgewandt, hoffe ich doch mal. Ja. Sie können übrigens doch Passierkläge machen. Nee, nur die fiesen Viecher. Jahan ist gleich tot. Jahan ist tot. Again. Okay, Taktik fürs nächste Mal. Wir gehen mit Geist runter. Die macht sich dann einfach unsichtbar und unsere Fernkämpfer stehen oben und lassen die Hölle über sie hereinbrechen. Finde ich gut. Ich wüsste nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Nimm das. Sie haben eine Spinne getötet. Jo. Exakt. Jetzt ist unser Verbündeter dran. Okay. Jetzt wurde so fast die gesamte Karte gelähmt. Na, hübsch. Ich bin dran. Ähm. Na, das ist ja herrlich. Das Windvieh ist irgendwie gegen alles immun. Ja. Windvieh sind ja, wie wir schon festgestellt haben, meistens gegen alles immun. Ob das was hilft? Du hast Bärdor da rumgebracht. Ähm. Upsi. Ich hab doch Wasser gemacht. Wo kam denn das jetzt her, dass da alles brennt? Du hast auch nur Bärdor da rumgebracht. Ich hab auch auf dem... Nee, dem dämonischen Schafsburg hab ich da. Der ist doch auch tot. Weil du wieder will. Dann hab ich nichts gesagt, dann hat es sich gelohnt. Ach, du die Fresse. Pop jemand anderen. Wir sind schon wieder fast tot. Naja, nicht ganz so. Aber... Immun gegen Blinden. Du bist verlangsamt. Ja. Und ich bin dann voller Feuerballpast draufgegangen. Und tickte die nächste Runde wahrscheinlich in den Flammentod. Der Blutbund-Dämon ist gegen die meisten Sachen immun, ne? Wo die nur gesagt hat. Sie ist nicht gelähmt. Blöd. So dumm gelaufen. Ah, verfehlt, du Soll. Ja, leine Spinne. Ein großartiges Tier ist das. Das ist mein Lieblings-Tier. Der Schafsburg gegen der Nähe. Das war wohl nicht. Was ist das hier eigentlich verkühlter Knochen-Leutnant? Ich glaube, ich trinke erstmal so einen Tram. Genau. Vielleicht auch noch einen. Was ist so... Sie hat noch einen beschworen. Nee, nee, er hat noch einen beschworen. Ja, scheinbar. Geist. Ich muss auch sagen, unsere Anfangsposition war denkbar schlecht. Unsere Anfangsposition, das war... Denkbar schlecht. Zumal wir ja auch wirklich mit verlässlichster Konsequenz in jede noch so simple Falle tappen, die man uns stellen kann. Es ist ja nicht so, dass nicht abzusehen war, dass eine Necromant hier irgendwie... Was für den Kampf beschwört. Und rülfzig Kampfge-Gegner. Ja. Ja. Na nu? Vor Feuerball. Mein Feuerball braucht neun Aktionspunkte. Ich hab nicht so viel. Ich hab nur sechs. Lauf? Ich könnte, ich könnte ein wenig laufen. Zieh deinen Schwert und geh rein. Welchem Schwert? Ich lauf hier hoch. Spar den Rest für den Teuerball. Au! Au! Wie oft macht ihr das denn noch? Au! Bleib weg! Wie er sogar nochmal angreifen darf. Ja. Pio. Ja. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Wir haben jetzt eine Stunde gebraucht zum Sterben. Wollen wir das gleich nochmal direkt in einer neuen Folge machen? Wo die letzte so lang war, diese halt etwas kürzer ist. Das haben wir wieder 60 Minuten, dann ist es ja auch kein Zustand. Nee, 60 Minuten hatten wir ja noch gar nicht. 40. Nee, aber 30 Minuten ist ja so unser Folgentiming. Von daher ist es für die Stunde doch noch etwas wenig. In Ordnung. Oder möchtest du ins Bettchen? Nein. Ähm, neun. Das lädt bei mir so lange. Warum lädt denn... Ich möchte nicht, dass es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, kann ich nicht spielen. Mein Eierlikör ist alle. Lass uns gehen, Schatzi. Ähm, ja, ich, äh, komme. Der Bär dort da einfach mal selbstständig hier oben hin, ne? Ja, ja. Bevor du, bevor du den Dialog beendest, sagst du Bescheid, ja? Äh, Mia, mach ich. Damit ich noch Vorbereitung treffen kann. Äh, der Dialog ist beendet. Die ist beendet. Also, noch nicht drücken? Ich mach alles fertig. Ja. Können wir? Nein! Willst du noch regnen lassen? Können wir? So. Jetzt darfst du. Siehst du die große Pfütze da auf dem Boden? Das sieht doch schon alles viel besser aus. Blutwind-Dämon. Immer noch. E-Mail noch, E-Mail noch. Ne, gut. Was sollte es auch sonst sein, ne? Sehr gut. Wie viel hier kann sie was? Ist sehr gut. Halbtot. Mann, Mann, Mann. Möglichst nicht auf den, der gleich Ebel gelähmt ist und so was, ne? Überleg, ob ich einfach meinen Wasserpfeil schieße. Wenn du damit das Wasser ausbreitest, sodass die anderen auch getroffen werden, wäre das natürlich vorteilhaft. Versuchen wir das mal. Möglichst nicht so, dass du natürlich nicht im Wasser stehst. Du stehst im Wasser. Bitte? Gehst du im Wasser? Probier's mal. Schwer zu sagen. Was ist denn da explodiert gerade? Der Bock. Okay. Der Schafsbock. Die explodieren, wenn sie sterben. Schön. Wie unangenehm. Hast du vielleicht noch ne Heilungsschriftrolle oder sowas? Oder? Ich kann ja mal gucken. Nope. Gut. Noch beschleunigt. Naja. Ich hoffe, du überlebst das. was? Das hat auch gut Schaden gemacht. Ja. Und vergiftet sich das livingstern auch noch. Das ist dann noch eins. Ja, aber der ist direkt getätigt. Das ist so gut. Hundert sieben! Näh. Näh. Der hat mich verlangsamt. Was? die schlampe schallerlampe verlangsamt und geblendet gott sei dank schafft bock bei dem musst du aufpassen der explodiert wie wir gerade gesehen haben ja deswegen gehe ich da auch nicht hin sollst du trotzdem irgendwas machen ja ich gehe jetzt erst mal zurück und rennen dann auf die treppe wenn sie rennen dann auf die treppe wenn sie kommen das heißt wir haben keine leute von uns ist auch die spinne die jetzt brennt bärdotter ja dann sowieso und dann sowieso brennt kannst du was sinnvolles machen explosion die mämliche schafsburg ist inzwischen wieder fast voll hast du den gerade geheilt ja meinst du dass das so klug war nein ich habe auch den verkohlt einen Knochenaufleger geheilt, weil man Feuer mit Feuer ja scheinbar immer heilt hier. Das war nicht schrecklich. Jo. Geist? Ich bin da. Geist? Ich hab einen Elektro-Degen, ne? Nicht, dass ich den mit meinem Degen upheile. Kannst du da unten Gift-Tretten zaubern? Wir sehen, ob das was bringt. Ja. Offensichtlich ist das was. Schon. Ja, aber die Feuerviecher heilen dann natürlich. Sehr unangenehm. Das finde ich ja jetzt fass. Aber allo. Ich weiß immer noch nicht, was wir gegen den Blutwind-Dämon und so anrichten sollen. Ähm. Ähm. Verliert den. Ich versuche einfach, ihn niederzukämpfen. Sehr schön. Ja, ich bin geblendet, ja? Da darf man jetzt in nichts zu viel erwarten. Entschuldigung, ich bin blitz. Sei froh, dass ich überhaupt was treffe. Ja. Jetzt haben wir in der Holm. Ich brenne im Übrigen. Knochen auf. Klaera. Der ist nur nass. Ich brauche natürlich ein bisschen Sichtlinie, ne? Sonst nutzt das hier alles nichts. Auf wen gehst du jetzt? Das geht. Nope. Ich kann das große, dicke Ding nicht verzaubern. Naja. Ja, krieg 90 Willenskraft. Er hat 100 oder irgendwie so. Steht da. Ach so. Kannst du ihn hinter teleportieren? Nope. Kann aber. Ich könnte versuchen, ihn einzufrieren. Der ist doch gegen alles Mögliche im Mund. Versuchen wir es. Er ist nicht mal unterpühlt. Er ist nicht mal mehr nass nach der Aktion. Geist, du packst das. Geist ist geblendet. Nehmt das! Die hat sie halb totgeschlagen. Ich stelle dir mal vor, dass Dreck drin trifft uns. Geist, du packst das. Geist. 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 Wer ist jetzt das Problem. Ist das überhaupt nicht so gemacht? Ob ich den Blutwind Dämon mit Feuer dran kriege? Könnt es mal versuchen. Passen. Ich kann nicht nach unten schießen. Zu steil? Das ist wegen der Treppe. Was geht alles an der Treppe kaputt. Wollen wir uns noch eine Stufe hoch zurückziehen? Nee, das ist falsch. Da unten können die sich schon nicht viel bewegen. Und da haben wir gerade eigentlich ganz gut abgedeckt. Mit dem Stase-Zeug da. Die kommen halt nächste Runde alle hoch, ne? Das wollen wir sehen. Die Spinne steht immer noch da im Weg. Habe ich irgendwas, was verlangsamender Pfeil? Nee, verzaubern klappt ja nicht, bitte den. Du hast ihn geheilt. Yeah, total geil. Wind, Mensch, Luft heilt, Luft. Ach, leck mich doch. Ich fühle mich doch schon. Ach, hör doch auf. Wie oft darf ich denn den Lock-Off angreifen? Der ist gut. Der ist gut. Ich kann nur zweimal angreifen. Gift. Schieß Gift da unten rein. Da ist ja nichts, was irgendwie weiter nach Out-of-Air drin ist. Wo bleibe ich denn hängen? Ich werde mal eine Treppe hängen. Ich kann auf den Blutwind-Dämonen giften. Mal sehen, ob das was bringt. Ein bisschen Schaden. Nein, wenn er da Schaden bekommt, das hilft ja schon mal viel. So eine Spinne ist so. Wieso können die nach oben schießen? Na, weil wir vorgegangen sind. Ja, ich weiß. Ich sag's ja nur. Eine rhetorische Frage. Was ist denn das eigentlich? Eine rhetorische Frage? Ein Schwarmblutwespen beschwören? Was sind da unten ein Schwarmblutwespen? Blutwespe. Was können die so? Der Schwarmblutwespe ist im Übrigen flankiert. Nicht auf den Dämon? Ja. Auf das Knochenfee. Sehr gut. Der greift die Wespen an. Was ist denn? Die Wespen sind dran. Die greifen jetzt mal den Dämon an. 18, 20 Erde. Und erkrankt ist er auch noch. Schön. Feuer! Warum ist nichts passiert? Wer ist dran? Eva-Maria. Warum macht Eva-Maria das? Die hat die Wespen geblendet. Wespen geblendet. Eva-Maria ist auch so ein Schlucke hier, ne? Ja, 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 ja. Aber ich renne mit Geister jetzt rein und mache die Schriftrolle selbst für Brennung. Was? Selbsttötung, um zu sagen. Aber der Blutwind-Dämon ist fast tot. Wenn wir den tot haben, dann haben wir gewonnen. Wo Explosionen wären natürlich jetzt einige schwer. Der Blutwind-Dämon ist tot. Ziel ist unsichtbar. Alles ist tot bis auf Eva-Maria und Eva-Maria ist unsichtbar. Na dann kannst du ja Beerdotter heilen. Das ist eine sehr gute Idee. Ich kann Siomon heilen. Oh, schön. Machen die Schmetterlinge was Sinnvolles? Naja, das Ziel ist halt unsichtbar. Deswegen stelle ich mich da jetzt mal daneben. Ah, hier kann ich angreifen. Schön. Wenn die Blutwesten jetzt Eva-Maria kaputt machen, das zeige ich ihm nie. Schön. Sie schlürft einen Trank. Was schlürft sie denn? Ja. Giftsresistenz-Trank. Das ist sinnvoll. Sie ist nicht vergiftet. Sie spart sich die Aktion. Jetzt kannst du. Hin! Truff! Mach sie, Toad! Kannst du immer noch angreifen nach der Bewegung. Ey, ich kann noch ein bisschen was machen. So ist nicht. Ja, natürlich. Ich gehe mal noch aus dem Weg, dass du schön schießen kannst. So. Soll ich einfach vorsichtshalber irgendwas mit Bums schießen? So eine Lähmung oder sowas wäre nicht schlecht. Soll ich keiner sagen, ich habe es nicht versucht? Fehlgeschlagen. Verrückt. Dabei steht sie in ihrem eigenen lähmenden Blut. Bits. Deine Schmetterlinge. Bits. Die machen noch am meisten Schaden an den Bums. Äh, äh, äh. Da es ja eh noch nur eine Frage der Zeit ist. Sie verlangsamt und er brennt sie leider nicht. Oh, bitte. Da ist mir gerade mal warm geworden. Qual voller Tod, Eva-Maria. Qual voller Tod. So, Bertotter. BEENDE ES! Ich weiß nicht, ich will jetzt eigentlich keinen komischen Pfeil mehr verschwellen. Brauchst du auch nicht. Sie hat nur noch 82 Leben. Da holen wir jetzt alle unseren Scheiß drauf. Und wie das? Sie wird 50. Die war tot. Vernichte sie. Warum spricht er mit mir? Oh, gesegnet sei der Name. Bitte sieben. Seid ihr nicht Quellenjäger? Bin ich gerätzt? Bin ich für Freilust? Diesmal scheulich in der Haus der Qualen? Bitte, ich ertrage keine weiteren Experimente. Seid ihr Rat mit Lieb Jake? Ja, ja, ja. Der bin ich. Oder zumindest war ich. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dieser lebende Tod. Weiter. Wie auch immer. Ja, maaann. Kommt, noch länger der Dialog. So dumme Sau. Hat der Raffzahn sich wieder alles ein? Ja, eigentlich musst du den ja sogar lesen. Was muss ich? Liest du jetzt bitte Ratsmitglied Jake, so wie es deine Aufgabe ist, ja? Natürlich. Brains. 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 Entschuldigung. Wo sind wir denn? Wie auch immer. Wie auch immer. Ja, im Leben war ich dieses Ratsmitglied Jake. Zuerst kurzerhand ermordet und dann grausam auferweckt. Wieder die Natur und dann guter. Wer hat euch ermordet? Die weiße Hexe. Diese Dämonen. Es bedurfte nur eine kleine Bewegung ihres Handgelenks, um meine Seele aus meiner sterblichen Hülle hinaus zu schleudern. Vor dieser Nacht hatte ich noch nie Quellenmagie erlebt. Aber für einen kurzen Moment spürte ich sie, wie er den Blitz durch meinen gewarmten Körper zucken. Hört mich an, Quellenjäger. Wenn Seisel und ganz Rivelon von der Bedrohung durch die Quellenmagie befreit werden sollte, dann müsst ihr die Hexe stoppen. Was könnt ihr mir über diese Hexe erzählen? Sie lebt im Norden, im Lutschula... Lutschula-Wald. Das ist nicht wirklich ein Geheimnis. Aber niemand hätte gedacht, dass diese harmlos aussehende Waldhexe in Wirklichkeit eine mächtige Quellenmagierin ist. Hätte ich in der Nacht meines Todes nicht ihren Zorn auf mich gezogen, hätte ich niemals erfahren, dass sie die Ursache für Saisis schlimmstes Unheil ist. Nur sie ist in der Lage, solche mächtige Magie auch zu beschwören, um eine Welle Untoter nach der anderen an unsere Grenze zu schicken. Nur sie kann diese Abschordlichkeiten darunter auf mich möge das Schicksalverfugt sein. Daran hindert es, statt zu überrennen. Ich würde mein Leben dafür geben, doch leider kann ich es nicht mehr geben. Du musst auch vorlesen, was du sagst. Ähm... Was könnt ihr euch an der letzten... Wie könnt ihr mir... Was? Warum? So viele Fragen, die ich an euch habe, rate mit dir, Jake. Aber ich beginne mit, was könnt ihr mir über die Nacht sagen, in der ihr ermordet wurde? Wie kann ich meinen letzten Tag als vollempfindungsfähiger und natürlicher Mensch vergessen? Jede Einzelheit hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mir würde die grobe... Jede Einzelheit! Und ich werde sie euch erzählen! Jetzt hat sie die Fresse für meinen Monolog! Es war kurz vor Mitternacht. Damals. Die Sonne ging gerade unter. Moment. Mein Herz war schwer vor Kuba und schlug wild vor Panik zugleich, da ich davon ausging, meine Frau Esmeralda während eines ihrer Treffen mit dem Herzog von Firol zu erwischen. Ein vertrauenswürdiger Informant erzählte mir, dass das Paar seinen Geschäften in einem bestimmten Zimmer im Gasthaus zur Königskrabbe nachging. Also schlich ich mich mit rasendem Herzen an die Tür, um zu lauschen. Als ich die Liebesgeräusche aus dem Zimmer hörte, war ich überwärtigt. Ich röste die Tür auf, in der Erwartung meine untreue Frau zu erwischen. Doch was meine Augen erblickten, besiegelte mein Schicksal. Ja, nein, doch, vielleicht. Ich habe weder Esmeralda noch den Herzog gesehen. Nur die weiße Hexe in den Armen einer unbekannten Geliebten. Sie sah mich an und ihre Augen waren voller Zaum. Uhu. Harte Lesben-Action. Ich habe versucht, es eloquent zu verpacken und jetzt einen Witz, der die ganze Sache nicht in irgendeiner Form bewertet, aber... Ja, Lesben-Action ist schon das, was man im Kopf hat, ne? Und dann wissen wir schon über den folgenden Titel. Im Nu jagt es wie eine Stoßquellenmagie durch meinen Körper. Diese Augen, diese wilden Augen, sind meine letzte Erinnerung an diese Nacht. Was hat Eva-Maria mit der Sache zu tun? Gar nichts. Entschuldigung. Kacke, meine Tastatur ist mir runtergefallen. Ist was passiert? Nein. Sie stand über mir, wo Triumph glühend, als sie meine Seele aus dem Jenseits riss und in diese verrottende Leiche zwang. Zur Hölle! Was hat sie mit mir gemacht? Oh, es geht weiter. Sie schien die Anführerin dieses Kult zu sein. Aber mehr weiß ich nicht. Ich habe lediglich gehört, dass sie von einem Blutstein und irgendwelchen Verworenen flüsterte. Doch leider weiß ich nicht, was das alles zu bedeuten hat. Warum sollte Eva-Maria euch wieder auferstehen lassen? Was sie dumm ist. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, was dieser primitive Kult mit mir vorhatte. Zum Glück habt ihr mich rechtzeitig gefunden. Na ja, rechtzeitig ist ja vielleicht auch Interpretationssache. Was könnt ihr mir über euren Mörder sagen? Es war mir eine Ehre, euch dabei zu helfen. Diese verdammten Kultisten ein für alle Mal zu stoppen. Was möchtet ihr wissen? Ähm, ich habe das nicht so genau verstanden. Wer hat euch ermordet? Ja, okay. Ähm. Warum sollte Eva-Maria euch wieder auferstehen lassen? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Außerdem habe ich euch die Frage schon beantwortet. Eva-Maria hat Braccus Rex erwähnt. Wisst ihr, wen sie damit gemeint hat? Dieser Name. Ich erinnere mich an diesen Namen. Aus meiner Kindheit. König Braccus, der letzte Quellenkönig. Seid ihr nicht Quellenjägerin? Ihr müsst doch den Scheiß wissen. Zu den Zeiten, als die Quellenmagie das Land in ihrer unbrechbaren und tyrannischen Gewalt hatte, gab es einen Herrscher, der seine Macht nutzte, um totale Zerstörung herbeizuführen. Seine Anhänger nannten ihn Braccus Rex. In seinem durch die Quelle verursachten Wahnsinn hätte er eine fast ganze L. Hätte er einst fast ganz Rivellon zerstört. Zombie. Nur mit Mühe und Not konnte er besiegt und seine schreckliche Macht, die Quelle, selbst verbannt werden. Ich bin so froh, dass ich nicht die ganzen Items habe, sondern diesen Freak nicht lesen muss. Weiter. Gerüchte besagen, dass Braccus Rex tief unter dem alten Tempel von Scythe begraben wurde. Vielleicht hat sich Eva-Maria von den Geschichten einlullen lassen und wollte dem bösen Quellenmagier Tribut zahlen. Lasst uns das Thema wechseln. Gott sei Dank. Ich, äh, handel jetzt noch mit ihm und dann bin ich mal weg. Mach das. Achso, nein, ich handel nicht mit ihm, weil er noch watsch hat. Ich bin dann mal weg. Sehr gut. Achso, und ich, ja genau, Quellenjäger. Ich gehe zu meinem Grab in Scythe zurück, wo ich mich selbst begrabe, um in Frieden zu ruhen. Dort findet ihr mich, wenn ihr mich widersprechen wollt. Und nehmt dieses Amulett. Eva-Maria legte es während ihrer schrecklichen Rituals um meinen Hals. Vielleicht hat es magische Eigenschaften, die euch helfen könnten. Ich möchte ja nichts sagen, aber ich glaube nicht, dass die Einwohner von Scythe so beruhigt sein werden, wenn der plötzlich da angeschlemmt kommt. Das war das Mitglied Jake, der wird von allen gemocht. Das ist bestimmt okay. Okay, abgesehen davon wüht er sich jetzt hier ganz läscher durch den Stein durch. Eloquent durch die Erde. Wir machen jetzt eh Schluss. Ja. Jetzt sind wir nämlich schon wieder drüber. Na dann. Dröber, können wir mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschuhu. Ciao. Tschuhu. 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 Tschuhu.